Hei! Was hat du gesagt? Was denn? Ich lecke nicht mit Fotzen rum. Wir fahren jetzt. Wo fahren wir? T-Docs, ne? Ja, wir fahren jetzt T-Docs. Wir haben Laminat gekauft. Wir haben Laminat gekauft. Hallo, wir sind jetzt bei T-Cox angekommen. Oh mein Gott, geh mir ab dir. Du kleiner Hurensohn. Kaufen? Nein, dann geh ich fremd. Und dein wahrer Mann geht fremd. Okay Leute, jetzt wisst ihr wie er drauf ist. Immer bedrückt er mich. Ich versteht, wieso ich heule immer. Ich kann einfach nicht, Digga. Es geht nicht. Was tun sie da? Das ist Doppelabfiff. Seid mal ehrlich. Sollen wir nicht einfach einen Briefkasten kaufen? Warum sollen wir einen Briefkasten kaufen? Das wäre eine richtig dumme Ehe. Wir brauchen einen Briefkasten. Ja, kurze Trinkpause. Ich mag Blumen. Tschüss. Morgen einfach unser neuer Boden. Ja, das ist ein Boden. Das wird genauso aussehen. Auch mit Folie. Aber was? Bro, das ist bisschen schwer. Nach der Verletze brauche ich 10 Minuten Pause. Können wir einen rauchen gehen? Nee, Bro. Was wird denn das? Alles gut. Erdbeeren sind Schokolade. So. Wir haben unser Laminat geholt. Und die Leisten. Und ich werde dir zeigen, wie viel wir haben. Erdbeeren sind Schokolade. Hallo. Ich habe deinen Fuß nicht gelutscht, Alter. Ich war es nicht. Ich lutsche keine Füße, Alter. Ruf mich nicht an. Ach so, doch. Das war ich. Kindersitz für meinen Sohn mit Ono-Chan zusammen. Ja, wir haben ein Kind. Du kleiner Huch. Jetzt müssen wir alles hochtragen. Ich habe schon Bandschein-Vorfall gehabt, aber es ist ja nicht schlimm. Wir sind wieder bei T-Docs. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Bist du blöd? Wir wollen jetzt hart arbeiten. Mit meinem Bruder Ono-Chan. Ich bin Ono-Chan. Das ist Ono-Chan. Ich bin müde. Wir haben 300 Kilo Laminat mit einer Hand getragen. Es hat geschneit. Ein Blitz kam auf meinen Nacken. Ich habe das Auto nochmal hochgetragen, weil mir langweilig war. Und ich bin einfach kaputt. Ich bin müde. Können wir hier auch was anderes reintrunken? Ja, mein Schwank. Ja, stimmt. Wir sind hungrig. Jetzt musst du weinen. Hör auf zu. Ey, Junge, Alter. Das ist zu süß. Das ist viel zu viel. Ich mag Blumen. Erdbeeren sind Schokolade. Zweiter Tag. Hallo! Was geht ab, Alter? Ich hoffe, euch geht es gut, meine Atomolatos. Nicht vergessen zu abonnieren. Wir haben fast 7000 Abonnenten. Danke. Danke an meinen Friseur, dass ich ausziehe wie eine Kiwi. Danke dafür, Matt. Du willst das noch beror... Kiwi? Wie sollen so Vlogs drehen? Das war, Alter. Kiwi? Sommer kann ich auch nicht gehen, wegen 2G Plus. Ich habe mich sogar hüpfen lassen. Weil es mir weh, das tut, Alter. Sag mal. Erdbeeren sind Schokolade. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. YouTube ist Schwerverbrecher. Ich bin ein Schwerverbrecher. Du bist eine Fotze, nimmst du nicht. Warum, Alter? Was ist das denn? Oh mein Gott, Alter. Du kannst nicht immer weinen. Es ist Paderunnoten, was mich glücklich macht, wenn die Sonne untergeht und wir auf die Party klassen. Aber wohin fahren wir überhaupt? Lass dich überraschen. Ich habe eine Überraschung. Sei ein Überraschung? Ich werde Ohnojan Umstyl heute. Spannst du das machen? Ja. Bevor du mich umstylst, ne? Wie sollen zwei Esel kommen und mich in den Arsch bringen? Wir sind jetzt im Rohpark. Der Ohnojan ist auch dabei. Atomolato ist auch dabei. Es ist ein Regen hier heute. Ich bin ein Kalti. Schweineschnitzel. Die Schuhe passen zu meinem Skateboard. Es bricht zweimal, wenn ich draufgehe. Aber ich habe eins. Ja, wenn ich draufgehe, habe ich zwei. Oder meinst du? Du meinst die Box von Tone, ne? Meinst du, mein Yaro sieht auch so dick aus da drin? Oh nun, dein Yaro guckt da unten wieder raus. Krass, Champignon. Ey, da ist ein Teddy. Ich habe dir gesagt, hör auf David. Ich muss jetzt Ohnojan Schutzgeld zahlen. Ich habe keine Lust. Ich habe so schon kein Geld. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gar keine Karte. Ich weiß nicht, wo mein Geld zahlt. Schweineschnitzel. Okay, ich habe jetzt Geld abgehoben. Ich muss Schutzgeld zahlen. Du hast letzte Woche nicht bezahlt. Nächste Woche hast du nicht bezahlt. 14. Januar hast du nicht bezahlt. Wie soll ich das denn zahlen? Wir haben erst den 7. Du hast den 8. Mai nicht bezahlt. 2022. Egal was du machst, du zahlst nicht. Du gehst Puff, du zahlst nicht. Was ist denn Puff, die Galle? Du gehst Leuten helfen, du nimmst das Geld wieder. Du darfst meine Eltern gucken das Video. Du glaubst, obdachlosen den Becher. Wie findest das? Warte. Nein, das meins. Guten Morgen, ja. Mein Hasi. Ich bin ein Hasi. Du bist ein Hund. Nimm man die abdest eigentlich? Ohne mehr. Sieht schon viel besser aus. Wild Fick. Wuhh. 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 Erst meinen Lutschen. Und dann noch meinen Lutschen. Wo steht die Größe? Ich brauche XXS. Der ist zu groß, ja. Hallo. Wie eine lange Nacht, Alter. LSI. So, bevor wir reingehen, mache ich jetzt einen Outfit-Check mit ihm. Wie heißt du? Ich bin der Max. Max. Hi Max. Ja, das trägt mein Vater mal auf der Arbeit. Was hast du bezahlt dafür? 550. Okay. Was ist das? Die Tasche ist von MCM. Habe ich gekauft. Resale, Retail bei MCM in Düsseldorf. 350 ungefähr. Okay, ja. Kommen wir mal zu deinem Pulli. Der sieht ganz gut aus. Dieser Stoff hier. Zeig mal. Fear of God. The Essential Pulli. Okay. Was hast du bezahlt? Schweineschnitzel. Kommen wir mal zu der Hose. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ey. Das ist eine coole Hose. Nein. Komm jetzt zu den Schuhen. Ja. Chucks. Die hat mein Vater auch getan. Oh mein Gott. Chucks, 50 Euro oder so. Okay, alles klar. Also Gesamt-Outfit-Preis, 20 Euro. Ich werde ihn jetzt umstylen. Hast du Lust, Ono-Chan? Nein. Kannst du es für mich runterhauen, Bruder? Ich rede vom T-Shirt. So, das Umstyling fängt jetzt an. So ein pinker Pullover wird auch ballern auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ziehen wir dann mal da drüben her. Das darf auch auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist ganz wichtig. Das ist halt gut. Fangen wir jetzt mal an. Den umzustylen, Ono-Chan, ne? Ono-Chan, das ist eine Wolke, Lan. Ey, gib mir einen pinken Pullover her. Ono! Euer Fuß. Ey, bringt mir einen Pulli in Esslan. Ich sehe aus wie Patrick. Ist das welcher? Hä? Ja. Zieh mal jetzt Jacke. Nein. Warum? Juni, ist ja aus wie ein Eis. Für Left Connection Worldwide. Ist sehr aus wie Patrick und wie eine Wolke. Nach dem Umstyling sind wir jetzt bei Traumkuh. Hier gibt es ganz viele Burger. Burger. Wir befinden uns hier bei Traumkuh. Ich brauche eine Kuh. Wir haben hier vor uns den A2-R-E-D-Bergy. Mit einfach Paddy. Salata. Man sieht eine Domatesse in der Ecke. Tartele Patatesse. Und darauf erst mal eine Folge Jojo. Und alle Nutten schreien. Lieber du bist krass. Egal wie du's machst. Wir werden alle nass. Wir haben uns dazu entschieden Billard zu spielen. Ich rechne mich jetzt bei ihm wegen dem Bowling-Stress mit ihm damals. Falls er sich noch dran erinnert. Ich habe 50 Euro verloren. Ich finde das gar nicht cool. Seitdem habe ich kein Geld mehr. Lauf dir vor oder was? Ja. Wie viel? Zwanni? Ist auch lockerflockig. Zwanni? Ok, Zwanni. Zwanni. Bro, der Ball fehlt, Bro. Bro, dafür gibt's extra Kreide. Spuckel hilft mehr. Ich bin der Beste. Ja, einer drin. Geht alles mit fairen Mitteln hier? Er hat den Ball gerade gerührt. Glaub ich nicht, Junge. Er hat den Ball gerade gerührt. Glaub ich nicht, Junge. Ja, schlauch ich später mal. Luther, du weißt ganz genau. Heute wirst du für 10 Minuten verkauft. 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 Ich bin saurig. Merkt euch. Ich bin Billard King. Bist du nicht? Ich bin ein Fenriri. Oh mein Gott. Freunde, Walla, einer dieser Momente, wo man es bereut, Kamera nicht anzuhören. Backballa, Billa sogar. Schweineschnitzel. Er hatte die weiße Kugel hier irgendwo. Hat die weiße Kugel über den Tisch gesteuert. Ist nach hinten gegangen. Die schwarze ist bam, 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 bam. Und ist dann da reingegangen. Walla, du hast verloren. Das zählt nicht, Leute. Weil ich es nicht gesehen habe. Doch, Walla. Du hast so verloren. Er hat geschummelt. Italien! Schweineschnitzel. Ich mag Blumen. So, Kamera läuft. Ist schief, ne? Was? Such die? Dein Leben ist auch schief. Passt schon. Wie redest du? Hallo, Leute. Ich bin ein Glückli. Ich bin kein Glückli mehr. Ich will mich eigentlich nur bei euch bedanken, dass ich fast 1000 Abonnenten habe. Ganz großen Dank an meinen Bruder Ono-Chan für deine große Hilfe. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Und es macht mir wirklich Spaß, YouTube durchzuziehen. Mein Bruder Ono-Chan. Ja, Ono-Chan. Ich bin sein Bruder. Damit ihr Bescheid wisst. Auch sein bester Freund. Damit ihr Bescheid wisst. Danke. Bitte like das Video, teilt das Video. Äh, like das Video und teilt das Video. Danke. War das gut, Bro? Nee. Erdbeeren sind Schokolade. Schweineschnitzel. Ja. 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 Ja.